Jetzt auf Blu-Ray und DVD. The Pacific. Die Dreharbeiten dauerten zwei Jahre. Eine der aufwendigsten Serien aller Zeiten. Basierend auf den wahren Erlebnissen dreier US-Marines. Die Dreharbeiten, die ich weiß, der japanische Soldat, er war in Krieg, seitdem du mit F***ern warst. Hier geht's, Freunde! Von Oscar-Preisträger Tom Hanks und Oscar-Preisträger Steven Spielberg kommt's nach Band of Brothers The Pacific. Das Zehnteilige Serien-Event. Das Zehnteilige Serien-Event. Die bewegenden Ereignisse im Pazifik. Gesehen durch die Augen dreier Marines. The Pacific. Jetzt auf Blu-Ray und DVD. Werden er? Deine Box. türoped Die